Ja, aber spielst du? Da spielst du genau so, folgen wir mal zu, kommt alles. George Pickton! Candleworth Road 25 Wibbeton. Was machen Sie davon, ja? Ich mache Mr. Pickton einen Such. Aber ich bin noch gar nicht zu haupt. Das Problem war, dass du genau hier an diesen Dendl gezogen hast. Und wenn du an den Dendl ziehst, dann geht es natürlich auch gut. Ich räume es schon. Nein! Ich habe es! Sie gehen zurück ins Bett! Baker, ich heiße Baker. Baker, ich heiße Baker! Jack Baker? Oh, George! Was für ein Kuss! Wer ist denn da? Wer ist denn das denn? Schwester Forster. Du lässt wohl gar nichts angrennen. Warum ist er ein bisschen weg? Ich hatte noch keine Zeit für ihn. Die Dinge hier entwickeln sich auch nicht gerade zum Westen. Ist meine Frau auf dem Weg nach Hause? Nein, du ziehst in meiner Umstand. Was? Herausspazieren, Pamela! Stumpridge! Hereinspazieren, Pamels! Wer ist das? Warum ist die Managerin so mit Alvia von gesauft? Das ist ein alter spanisch-italienischer Brauch. Fürs erste Gebübnis, wenn du ihr sagst, dass ich die Frau Chris' Leben gefunden habe. Haben Sie das, Mr. Picton? Habe ich, Schwester Forster? Darf man fragen, wer das sein wird? Ich versuche, dass die Aufmerksamkeit ist. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich versuche, es ist das denn. Cancer ist das, als古ium, sokalb szentyt im săpt速gressivität. Sch� half! Ich versuche, der nach aufmerksamoping la Ocean西ipper? kommt aber承 later auseinander. Cuatro.